Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, die begrüße euch und heute gibt es mal wieder ein paar News zu berichten zum American Truck Simulator und den kommenden Washington DLC. Ja, nicht nur neue Landschaften und Frachten werden wir fahren, sondern auch eine riesengroße Fabrik werden wir im Spiel haben und das von Kenwood. Ein großes Montagewerk und da haben SDS quasi die Freigabe bekommen, da dieses Werk ein bisschen nachzustellen. Ob es nun 1 zu 1 ins oder so ein bisschen hin und her gemunkelt wurde, kann ich euch nicht sagen, aber es ist schon mal cool, dass wir hier so ein Montagewerk haben, wo wir die LKWs, die jeden Tag so vom Band rollen, abholen können. Und dafür haben wir hier diesen Pickback Transport, ja, da fahren wir mit unserer LKW quasi ran und holen uns dann die zusätzlichen LKWs. Das finde ich eine schöne Sache, wir werden nicht nur LKWs abholen, sondern auch gewisse Frachten. Ich kann mir vorstellen, dass man so eine Aufgabe hat, fahre 10 Frachten hier vom Montagewerk, das soll ja in der Nähe von Seattle sein in Rento, 1993 wurde es irgendwie eröffnet. Und dann wird man wahrscheinlich irgendwelche Hauben und Chassis ins Montagewerk reinfahren, also immer so ein Hin und Her, aber nicht nur das. Wir gucken uns die Bilder jetzt einfach mal an und sehen hier dieses große Verladezentrum, also dieser Logistikbereich, wo wir unsere Frachten abholen. Hier sieht man nochmal den LKW und hier nochmal eine andere Version, auch normale Frachten, wenn wir sehen, und ja, Trailer mit der Beschriftung Kenworth. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass noch mehr Firmen hier ins Spiel kommen, nicht nur LKW-Firmen, sondern auch was anderes. So, sieht schon echt herrlich aus. Und wie gesagt, hier stehen noch irgendwelche, noch nicht vorbereitete Kabinen, ja, die für das Montagewerk oder für die, ja, Produktion benötigt werden. Oder hier so eine Hauben. Ob wir das jetzt auch transportieren oder nur das, müssen wir mal gucken, vielleicht erkennen wir irgendwas. Vielleicht wird es hier einfach nur in den ganz normalen Trailern drin sein. Und hier haben wir nochmal einen neuen Trailer. Kann das ein neuer Trailer sein? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, das ist schon mal eine schöne News, die ich euch nur ganz, ganz kurz sagen wollte, dass hier wieder ein paar neue Bilder da sind. Und dass wir quasi einen riesengroßen Komplex haben an einem Montagewert von Kenworth. Vielleicht, wo der Peterbilt auch noch kommt, könnt ihr mal reinschreiben, wo Peterbilt ansässig ist und welchen Bundesstaat. Und Volvo ist natürlich auch in Amerika vertreten, wo das noch ist. Vielleicht werden wir irgendwann auch Mac und andere Hersteller sehen. Das wünsche ich mir. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann es rauskommt. Danke nochmal an Abgefahren, der mich damit nochmal informiert hat. Und ja, wir sehen uns natürlich dann beim nächsten Video, vielleicht schon beim DLC oder bei der nächsten News. Nichts verpassen, Daumen hoch und Abo da lassen. Haut rein, macht's gut. Bye, bye.